Da bin ich ja schon. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Von Gregor auf Gregor gehen wir. Ich wollte aber gucken, dass ich den Countdown auch vernünftig hinbekomme. Schönen guten Abend und herzlich willkommen auf Rocket Beans TV zur montagabendlichen Gameplay-Strecke mit moi. Wir spielen heute gleich wieder Elite Force und lass uns das vernünftig beginnen. Lass das richtig machen. Lebe lang und prosperiere Star Trek. Wieder angesagt, was denn sonst am Montagabend? Ich darf diese Woche und die nächste noch Kollege Denzel vertreten. Und wir haben in den letzten Wochen ja wunderbar mit Star Trek Voyager Elite Force vom Leder gezogen. Und das wollen wir natürlich weitermachen. Wir wollen zumindest unser Abenteuer so gut es geht beenden. Ja, hier die Leute im Chat sagen schon. Hier Marcel musste Gregor später anfangen, weil Gregor zu viel zu sagen hatte. Es tut mir leid, aber da konnte ich nicht umhin, wenn Lost Judgment angekündigt wird. Da muss ich natürlich auch ein bisschen was dazu sagen. Und das wollen wir aber nicht zu weit nach hinten gehen lassen. Wir haben uns beim letzten Mal auf das Borg-Schiff gebeamt. Ich weiß nicht, was Seven of Nine jetzt hier herumjuckelt. Und versuchen jetzt Spezies 8472 nachher zu gehen. Also ich weiß nicht, was Seven jetzt hier gerade so hat. Sie ist da so ein bisschen auf On Edge. Das geht hier so ein bisschen los. Ja, ich weiß nicht genau. Mein Gefühl ist, das gehen wir schon langsam in Richtung Ende des Spiels. Ich lasse Seven einfach mal das weitermachen. Warte mal. Ja, ja, mal. Das macht immer wieder Spaß. Oh, komm Seven. Oder ist das Schrödinger Seven? Ich darf sie nicht angucken. Ansonsten macht ihr das nicht. Irgendwie so. Macht es oder macht es nicht? Ja, wir gucken mal, wie viel da noch ist. Vielleicht kommen wir heute durch. Vielleicht ist das Spiel aber auch um einiges länger. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt mich gerne im Chat unterstützen. Lass uns losgehen. Hör, lass uns vorbei. Also, die Borg haben sich mit uns verbündet. Und wir sollen jetzt Spezies 8472 irgendwie in Schach halten. Die wohl hier angegriffen haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Spezies 8472 hier umgestellt haben. Sind sie alle da? Sind alle da. Hast du was zu sagen, Seven? Nein, nicht für mich. Na gut. Gehört das so oder fahre ich falsch rum? So ein bisschen Angst. So viele Aufzugsschalter hier. Ich habe leichte Bedenken, dass ich jetzt gerade wieder zurückfahre. Ja, kommt er mal. Ne, bin ich vielleicht wieder zu... Da muss ich wieder zurückgehen, hm? Wundert mich. Ah, es kann sein... Ne, Moment. Es kann wirklich durchaus sein, dass ich jetzt wieder hier zurückgefahren bin. Irgendwie die Leute in das... Das ist jetzt deine eigene Schuld, Seven. Dass das passiert ist. Finale ist auf dem Borgschiff. Ja, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, Leute. Da guckt mich die Borg hier so an. Da wir ja nicht wirklich über eine Karte oder sowas hier nicht verfügen. Bin ich mir nicht zu 100% sicher. Hier geht es wohl vielleicht nochmal lang. Guck mal, da war der Aufzug. Und hier geht es unten rein. Müssen wir mal gucken, was der richtige Weg ist, weil das ist jetzt ja auch schon eine Woche her. Schau uns an. Was geht jetzt hier? Bisschen Lebensenergie-Charme. Sollen wir sie mit diesen Waffen schlagen? Spezies 8472 regeneriert ziemlich schnell. Ach, das kriege ich schon hin. Seit unserer letzten Begegnung mit Spezies 8472 habe ich unsere Waffen daraufhin modifiziert, dass sie effektiver gegen sie eingesetzt werden können. Ach was. Seven musste das aufmachen. Und jetzt geht sie trotzdem nicht weiter. Seven? Machen sie doch mal was. Na gut, ich gehe schon wieder voran. Die Heimsuchung. So, ähm. Wollen wir mal richtig speichern. Das ist Level... Level 8472 habe ich das zuletzt genannt. Level 8473. Wir wollen ja in der Progression weitermachen. Ah, da sind sie ja. Uiuiui. Alter Verwalter. Löst sich das schon auf, dass sie da so schnell sind. Äh, ja, gib mir gerne Feedback. Aber ich habe den Sound eigentlich schon austariert, dass ihr mich versteht, als auch den Ingame-Sound. Es hängt immer davon ab, wie laut die Stimmen sind, je näher man dran ist. Also man kann das leider nicht so richtig bestimmen. Ach du Schande. Aber die waren ein bisschen dumm. Ah! Miu, 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 miu. 8474. Habe ich hier draus gemacht. Wo sind die aus der Wand gesprungen? Was macht ihr denn da? Sound ist okay. Ah! Ist ja einer der Nachteile. Ich will das zumindest nicht als Nachteile bezeichnen, weil so kann auch ich mich, ähm, durch so einen Ego-Shooter dann schlagen, als Nicht-Shooter-Spieler. So diese engen Gänge und eine dumme Kaidee, die auf dich zuläuft, ist vielleicht nicht das, ähm, Richtiges. Das Richtige. Aber es funktioniert. Guck, was haben die denn hier gemacht? Haben die hier ihre Spinnweben überall hingemacht? Sind, was ist denn 8472 für eine Spezies? Na, also die wird ja, das ist ja die Borg-Bezeichnung, ne? Die haben ja keinen Namen, aber die Voyager hat das mit übernommen. Sind das so Arachmide? So Spinnenwesen? Ich weiß ja, die waren ja ganz krass damals, ähm, als die bei Voyager aufgetaucht sind, weil sie auch komplett computeranimiert gewesen sind. War es eine komplett computeranimierte, äh, Alien-Rasse? Weil da ist, hat ja nicht gereicht, einfach nur mal so ein Stück Plastik auf die Nase zu kleben bei den Schauspielern. Aber dafür hatten sie ja auch keine richtigen Rollen, wenn ich mich nicht irre. Also es gab kein, keine Sprachrolle hier für 8472er. In Star Trek Online wurden sie Undine genannt. Undine ist mehr so ein Wasserwesen, oder? Ja, ich bin mit Star Trek Online nicht so sehr vertraut, muss ich sagen. Wobei das durchaus, durchaus ganz lustig eigentlich mal klingt, sich da mal reinzuarbeiten. Ich meine, ich habe ja auch Final Fantasy XIV gespielt. Um so mein eigenes Schiff zu haben. USS Uso. Uso SS. Oh Gott, ich habe meine ganzen Waffen verbraten. Na gut. Äh, ich muss es mal wieder aufladen hier, werte Seven. Gott, was passiert denn hier? Ich habe hier alles, alles weggemacht, leider. Lohnt es sich denn heutzutage noch mit Star Trek Online einzusteigen? Ah! Bin ich gerade gestorben. Wo schmeißt er mich denn raus? Immerhin hier. Also, aufpassen, wo du hingehst, Gregor. Immerhin war der Checkpoint. Machen die das Geräusch? Ohoho. Haben die das Geräusch gerade gemacht? Erkennen wir nichts, weil hier es schaut aus wie am Arsch der Heide. Oh, vielleicht die Helligkeit mal ein bisschen höher setzen hier. Oh. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch so ist, aber er macht mir hier meinen kompletten Monitor jetzt heller. Aber ich hoffe, das kann man hier so ein bisschen besser sehen gleich. Ja, das kann man schon ein bisschen besser erkennen, ne? Ist ja immer merkwürdig mit der Helligkeit von so alten Spielen. Äh, so. Nicht nach unten fallen, Gregor. Star Trek Online hat sich verbessert, schreibt Aradis in den Chat. Aber immer noch ein mittelmäßiges Online-Spielen? Ja, das reicht ja. Muss ja nicht gut sein, muss ja nur Star Trek sein. Ach du meine Güte. Mitten auf dem Kristall gelandet. So, was? Ich hab die eigentlich benutzt, ne? Die war gut. Die Bouncy Weapon. Da liegt ein Borg-Arm. Ne, also Borg. Uh. Schau dir das an. Töte mich. Lieberate, tüte mich. Na, ich werd dir. Ich helf dir. Hallo, ich wollte dir helfen. Na, daneben nicht. Dann leide weiter. Wo ist ein Torso? Das war meine Kollegin, die so geschrien hat, ne? Und nicht Spezies 8472. Aber was geht denn hier? Ich hörst dann voll die, voll die Sülze hier. Hallo, wo ist mein Torso? Gott, oh Gott. Voll der Horror hier. Ja, weiß ich. Ist das Interesse bei euch überhaupt noch da, solche alten PC-Sachen wie das hier zu spielen? Also es ist jetzt nicht die ältesten PC-Germis jetzt überhaupt, aber so um die Jahrtausendwende. Weil es ist ja so ein bisschen die Ära Star Trek Voyager. Wurde... Im Chat wurde nochmal C&C erwähnt. Es gab ja Command & Conquer Renegade beispielsweise. Das wäre auch was, was man spielen kann. Sowas finde ich eigentlich immer ganz nett für solche Slots hier. Oh, explodier mal. Ah, guck mal, die haben hier die vier Beinpaare, ne? Oder die zwei Beinpaare, also die vier Beine. Das ist ja... Die sind ja ausgeklügelt. Boah. Aber klug sind sie echt nicht. Lass mich durch, ich werde als Erste sterben. Hier geht's hoch. Achso. Ich will erstmal hier kurz gucken. Bevor wir hochfahren. Ja? War noch so ein Tor so. Aber hier ist der... Der Rest von dir. Oh nein. Wo ist mein Hintern? Da ist dein Hintern. Dreibeine. Waren es so drei Beine? Kann mich auch nicht mehr so gut erinnern. Mit 8472. Warum heißen sie dann nicht 8473 Bein? Komm mal her jetzt hier. Tu mal lieber die Möhrchen. Oder muss Seven erst drücken? Wo ist meine Kollegin? Ist sie tot? Nein. Kommst du jetzt mal her? Kerzon fragt im Chat, ist Nelix in dem Spiel? Natürlich ist er in dem Spiel. Ist Kerzon Dex? Nein, es war natürlich Kerzon Dex. Haben wir die eigentlich mal gesehen, Kerzon? Der alte Wirt von Dex? Oder Jezia? Kerzon, Jezia und Ezri. No? Ist das gerade live, Bug? Der Knautschball im Chat? Nein. Natürlich nicht. Ich lese nur auf gut Glück dann die Chat-Kommentare vor. Ui, was geht hier? Ich bin auf dem Auge. Sie werden assimiliert. Warten Sie einen Moment. Wir haben doch verhandelt. Wir hatten einen Deal. Mit Bug? Verhandeln ist irrelevant. Sie werden assimiliert. Ich habe es gewusst. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Oh. Die Explosionszoom. Ja, am Arsch assimiliert. Das ist meine Wumme, die ich in der Hand habe. Och, komm. Das ist ja nur die Hälfte. Ich bin dann runter. Wo seid ihr denn alle? Monroe an Voyager. Wir haben das Isodesium entdeckt und sind bereit zum Beamen. Beamen Sie das Isodesium und mich direkt zum Maschinenraum. Und mich zu Nelex. Initiiere Beamen. Ich muss doch wissen, was mit Neelix los ist. Oh nein, jetzt explodiert der Borkubus auch noch. Hupsi. Oh nein, ich sehe ihn schon. Da wartet er auf mich. Seven of Nine ist mit dem Isodesium direkt zum Maschinenraum gebeamt. Wenn Lieutenant Torres recht hat, sollte die Voyager in ein oder zwei Tagen wieder Energie haben. Das HESA-Team hat bewiesen, dass es eine wertvolle Verstärkung ist. Sie alle haben bis auf weiteres Dienst frei. Paddy. Mr. Monroe, ich muss Sie und Ihr Team für die Rettung von Lieutenant Foster loben. Er ist auf der Krankenstation und wird sich wahrscheinlich wieder ganz erholen. Sie alle erhalten Holodeck-Zeit. Oh. Ich sage vor, Sie nutzen sie auch. Kriege ich die jetzt? Weil ich habe hier den Kollegen gerettet im optionalen Quest. Aber ich lasse die Voyager explodieren hier. Nein, es ist ein Transporter-System. Ah, warte mal. Ist Kollege Schnorres noch hier? Ja, da haben wir es ja richtig gut gemacht. Hey, du. Brian, kann ich Ihnen helfen? Dir ist nicht mehr zu helfen. Was? Brian, kann ich Ihnen helfen? Entschuldigen Sie. Sorry, ich habe hier zu tun. Er hat zu tun, er tut nur so. Helfen wir uns im Casino, wenn Sie fertig sind auf dem Holodeck, okay? Aber ja doch. Sichi. Sichi. Jetzt habe ich mich verschluckt, weil ich an Neelix gedacht habe. Holy shit. Wie ist denn das passiert? Neelix, was machst du da? Ich habe mich wirklich scheiße verschluckt. Das ist nicht gut. Da geht was, ja. Da sagt schon der Chat hier. Was ist mit dir? Ach, der Waffen. Der Waffen-Johnny. Ich habe ein neues Trainingsprogramm für das Holodeck. Damit wird der neue Photonentorpedo-Werfer getestet. Hier, versuchen Sie es mal. Oh, geil. Gib mir das mal. Ui. Ist das das Holodeck? Ja. Boah. So. Also, Riker-Programm 1 bis 17. Ich iniziere Programm Konos. Oh. Oh, Klingon-Schiff. Auf Konos. Oh, wir werden die Klingonische Regierung auslöschen. Geil. Boah. Geili. Das ist ja der Hammer. Ganz Klingonien auslöschen. Oh. Ist ja super. Also, da hatten wir einfach mal... Wie ist der Klingon-Nigo-Shooter? Das war ja... Den gab es doch vor Voyager, oder nicht? Da gab es doch so einen Klingon-Nigo-Shooter vor den Elite-Frost-Hallen. Was mich ein bisschen irritiert, dass die Laser so langsam sind, dass ich quasi meinem Schuss hinterherlaufen kann. Gib dir Deckung hier. Alter, wie weit er explodiert ist. Oh, jetzt regiere ich Klingonia. Ist das der Hammer. Klingon Honor Guard. Honor Guard ist es. Danke, wer der Chat. Das war doch aber auch so ein Spiel wie das hier, ne? Ich kann mich nur an die Packung erinnern, weil ich glaube, selber habe ich es mal gespielt? Ich weiß nicht. Ich habe die Packung aber immer häufig im Laden gesehen. Oh, Alotho und Beto. Was geht hier? Boing, 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 boing. Einmal Klingon Genozid. Als ob ihr hier noch euer Kito-Meer-Abkommen unterschreiben lassen könnt. Das wird nichts mehr. Voll in ihre Betos, ey. Ich glaube, ich regiere bald Kronos, wenn das so weitergeht. Das ist bestimmt so ein Multiplayer-Level hier, ne? Sieht so ein bisschen so aus. Schau es dir an. Kaplar, kaplar. Oh, was liegt denn da jetzt in der Waffe? Da. Ich bin der Herrscher. Herrscher von Kronos. Ja, war es das? Was weiß ich jetzt? Wie komme ich hier wieder raus? Nachdem ich Kronos regiert habe? Das weiß ich auch nicht. Jetzt bin ich hier oben. Ups. Ja, dann weiß ich auch nicht so richtig. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich... Oder muss ich sterben? Hier, in der Giftsuppe. Ah, mein Sack. Moment. Ich komme hier nicht raus. Wie komme ich denn hier raus? Klicker hier aufladen. Kaplar, was ist denn hier? Ich habe die alle umgebrecht. Jetzt geht der wieder. Booyah! 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 Ich gebe dir gleich Deckung. Da muss ich vielleicht ja doch den Ausgang finden. Muss ich die Mission etwas schaffen hier? Das wir einfach schon mal so ein bisschen rumflöten. Booyah! Wer schießt denn da? Booyah! Ach, da! Triff mich doch! Triff mich doch! Oh, ich habe mich gekrocken. Na ja, gut. Ah, okay. Ich habe nur die letzte noch nicht erwischt. Du musst wohl die Missionstaste drücken. Ja, okay. Ja, kann ich die Waffe jetzt behalten? Wie geht es hier raus? Da. Mein guter Freund. So, Nelix, wo bist du? Was machen sie? Das ist ja der Tuwok. Oder? Doch. Was machst du denn da wieder, Tuwok? Ich sehe es doch. Das ist... Guck mal, wo du da rumdruckst. Das ist doch nicht erlaubt, das, was du da machst. Ich weiß nicht, ob Cap'n Janeway das schmecken würde, wenn ich der da stecke. So. Hallo, Kumpel. Schön, dass wir Poster. Der Doc sagt, er wird sich bald erholt haben. Ich war ja noch nie bei einem Einsatz dabei, aber ich sage mir, es gibt immer ein nächstes Mal. Oh Gott, der wird gleich sterben in der nächsten Mission, oder? Habe ich den schon mal gesehen? Xatlos? Xatlos? Okay. Na, du wirst es nicht überleben. Oh, aber die... Hier. Das Kantengesicht habe ich nicht mitgenommen. Ich glaube, der wird uns noch mal zum Problem werden, weil wir das letzte Mal ihn nicht mitgenommen haben. Weil er zu heißblütig war. Der ist so gut wie tot, sagt Aradys im Chat. Ja, ich glaube, der wird es nicht lange machen. Hier war das Holodeck. So, Neelix. Neelix war hier. Neelix, bist du da? Nein, kein Neelix. Aber hier ist doch Party. Oh, Entschuldigung. Kann passieren. Aber ihr seid doch blöd, wenn ihr mich hier mit einer Waffe unterwegs sein lasst. Na gut, na gut. Gucken wir mal, wo uns das hinführt. Betrete, neuen Bereich. Deck 2, Casino. Oh, 1 Casino. Geil. Alles auf Rot. So, speichern. Level Casino. Pusten Sie auf meine Würfel. Commander Riker. Die Casino, die Folge, wo Data, Riker und Worf im Casino waren. Wer steht da? Das ist eine Topfpflanze. Hallo. Oh. Das erkenne ich doch überall. Ah, hallo, Miss Murphy. Oh. Was darf ich Ihnen heute bringen? Hm. Wie wäre es mit etwas pastalianischem Wein? Eine hervorragende Wahl. Neelix. Ja, Neelix. Mach das mal. Soll ich dir helfen? Brauchst du Hilfe, Neelix? Alter, er hat ein breites Kreuz. Der trainiert bestimmt. Na? Möchtest du mir was sagen, Neelix? Da ist er ja. Halper, halper. Er hat die Augen zugemacht, als ob ich weggehen würde. Also, in der Küche hast du nicht besonders viel gerade. Wo gehst du denn hin? Kann ich Ihnen beiden etwas bringen? Nein, danke. Boah, er geht jetzt die Runde. Ich gucke mal, was er macht. Commander Fenrich, kann ich Ihnen etwas bringen? Danke, Neelix. Ich brauche nichts. Nein, das ist toll. Was ist das? Pastete. Hm, was für eine Art Pastete? Oh, nur Pastete. Was für eine Pastete? Lorinax Wühlschabenpastete. Guten Appetit. Njam. Ein wenig abenteuerlicher als geplant, was, Tom? Ein wenig? Und Belana sagt, das Isodesium funktioniert hervorragend. Oh, warte mal, der macht ja immer noch. Er möchte nichts. Aber so verpasse ich doch die Gespräche. Und, Neelix, hast du eine Runde gemacht? Mit deiner scharben Pastete? Geht er jetzt und legt sich in den Kühlschrank. So, da machst du doch nichts. Was ist da rausgeholt? Ein Pad. Ne, das hattest du schon dabei. Flötet in der Küche da einfach rum. Naja, gut. So, lass uns mal hier ein bisschen umgucken. Ich dachte, das wäre der Doktor gerade, aber das ist er gar nicht. Hey, tut mir leid. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Du machst nichts. Du stehst hier rum. Mit der Dame. Ich bin beschäftigt. Ja, und ganz schön angenervt. Oh, aber schnarr ist man hier. Michael? Was? Michael? Kann ich Ihnen helfen? Jawohl, schau mich an. Du hübscher Teufel. Na gut. Chakotay, wollen Sie mich wieder verhaften? Alter, hat er mit den Händen gegessen? Chakotay, das macht man doch nicht im Delta Quadranten. Da! Schon wieder mit den Händen. Wenn das dein... Wenn das dein Spirit Animal sehen würde, Chakotay. Hör dir das an. Und macht das Tom Paris auch? Nee, der Touch, seine Scham passiert ja nicht an. Guck mal, hat nur eine Pip am Hals. Chakotay müsste zwei haben. Nee, wo ist am anderen? Auf der anderen Seite. Oh, der hat ja so einen Streifen. Genau wie im Gesicht. Ja gut. Läufe auf P7. Nein? Zuro. Ja, Monroe. Zuro. Ja, Monroe. Zuro. Ja, Mann, Ro. Zuro. Ja, Mann, Ro. 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 Vielleicht meinen sie, äh, Henrich Roh-Laren. Ja, Mann. Ro. Besatzungsmitglied. Was? Er hat nicht mal seinen Namen gelernt. Besatzungsmitglied. Besatzungsmitglied. Alex? Besatzungsmitglied. Hey, sorry, bin beschäftigt. Hey, was? Entschuldigen Sie. Ja? Besatzungsmitglied. Ja? Da ist es noch einmal gewesen. Ja gut, haben wir die Gags auch mitbekommen. So, wir wollten uns hier doch treffen. Hi, Telsia. Scheint, als ging es langsam bergauf. Ja. Scheint so. Tuwok hörte sich recht zufrieden an. Er gewöhnt sich wohl langsam an sie. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, er muss sie einfach noch etwas besser kennenlernen. Tuwok liebt mich. Was ist das? Was? Ich sehe nichts. Da draußen. Zwischen den Trümmern. Sehen Sie? Hey, ja. Da bewegt sich etwas. Ein Kameramann, der dran vorbeigeht an euch. Nein, das ist nur Schrott. Nein, das kommt näher. Sehen Sie? Sie haben recht. Was kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Art Schiff. Ach was. Ih, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was für eine Art Schiff das ist. Weiß ich leider nicht. Das Ding kommt direkt auf uns zu. Nein! Schießen Sie drauf. Was ist das, wenn ich mich weigere? Ich möchte auch Neelix beschützen. Steht er da einfach. Kommt ihm die Schabenpastelle wieder ein bisschen hoch. Sie haben eine Ahnung, was das für ein Ding ist? Ich glaube schon, Captain. Die logischste Annahme wäre, dass die Forge einen Harvester geschickt hat, um die Voyager auseinanderzunehmen. Ich hätte befürchtet, dass sie das sagen würden. Ich habe die Aufzeichnungen, die Seven vom Borg-Schiff mitbrachte, mit meinen eigenen Sensoren-Scans kombiniert. Ich stimme mit Sevens Einschätzung überein. Halt, eine Sekunde. Hat eines dieser Schiffe nicht einen Borg-Kubus in Stücke gerissen? Ja, die Harvester scheinen sich an gestrandete Schiffe zu hängen und gewaltige Krallen zu benutzen, um das Schiff wortwörtlich auseinanderzureißen. Inzwischen entern die Harvester das Schiff, plündern die Ausrüstung und entführen die Crew. Das Resultat ist verheerend. Toll. Danke fürs Aufmuntern. Belana, wann werden der Warp-Antrieb und die Verteidigungssysteme wieder funktionsfähig sein? Nicht bald genug, Käpt'n. Das Isodesium hilft zwar, aber es wird trotzdem noch mehrere Stunden dauern. Und? Hat jemand einen Vorschlag? Ich glaube, ich habe in den Aufzeichnungen der Aetherianer etwas über ein Kampfschiff gesehen, das ebenfalls hier festsitzt. Ja, die Technologie ist übereinstimmend mit der der Spezies 1567. Diese war in einen weitreichenden Krieg verwickelt, indem sie riesige automatisierte Kampfschiffe... 1567? ...aussandten, um feindliche Außenposten zu vernichten. Sie besaßen eine beeindruckende Feuerkraft. Hört sich an wie eine riesige Kanone mit Autopilot. Im Wesentlichen, ja. Wenn wir an Bord gelangen, richten Sie sie auf die Harvester. Wir könnten die Harvester wegpusten, bevor sie die Voyager erreicht. Vorausgesetzt, wir können sie benutzen. Meine Scans weisen jedoch darauf hin, dass das Schiff noch Energie hat. Lebenszeichen? Ich registriere keine. Ich sehe keine bessere Möglichkeit. Tuvok, stellen Sie mit Monroe einen Plan für das Hazerteam zusammen, aber schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Belana, tun Sie Ihr Bestes, um unsere Verteidigung schneller wiederherzustellen. Machen wir, Belana. Ich muss das geben, Käpt'n. Wegtreten. Boah, ich wollte die ganze Zeit husten. Aber es wird gefährlich. ... scheint im Wesentlichen eine riesige automatisierte Waffe der Massenzerstörung zu sein. Dieses Schiff hat nur einige wenige identifizierbare Bereiche. Bei diesem vorderen Bereich scheint es sich um die Kontrollsektion zu handeln. Die Geschützrohrsektion scheint 700 Meter lang zu sein. 700 Meter? Das ist, was sie sagt. Die Kontrollsektionen scheinen für Munition, Energie und Antrieb zu sein. Unser Ziel wird sein, die Kontrollsektion zu erreichen und auf die Harvester zu feuern. Woher wissen wir, ob das Ding noch funktioniert? Das wissen wir nicht. Wir haben eine aktive Energiequelle registriert und das Schiff scheint nicht schwer beschädigt zu sein. Tatsächlich glauben wir, dass diese Waffe nie abgefeuert wurde. Da unsere Sensoren ihre Hülle kaum durchdringen, ist es schwer festzustellen, in welchem Zustand sie sich befindet. Wie lange dauert es noch, bis die Harvester hier eintreffen? Schätzungsweise drei Stunden und 47 Minuten. Das ist nicht viel Zeit. Aber wir könnten Glück haben. Wie Sie sehen, haben wir in ihrer Hülle einen Riss entdeckt. Was immer das getan hat, es könnte... Wir müssten uns durch diesen Riss direkt in das Schiff beamen können, wodurch wir Zeit sparen, da wir sonst per Shuttle hinüber müssten. Von hier aus gelangt man innerhalb weniger Minuten zum Kontrollzentrum hier. Ich selbst, Chang, Telsia, Chell und Xetlos werden uns hineinbeamen und Tuvok zum Kontrollraum eskortieren. Hört sich nach einer etwas starken Eskorte für ein herrenloses Schiff an. Wir werden diesmal kein Risiko eingehen. Wenn alles gut geht, wird Tuvok die Waffen auf die Harvester abfeuern, sobald wir ihn in den Kontrollraum gebracht haben. Und es wird noch eine Voyager geben, zu der wir zurückkehren können. Noch Fragen? Nein? Gut. Holen Sie Ihre Ausrüstung und melden Sie sich im Transporterraum. Wegtreten. Ja, ich bin ganz stolz auf mich. Ich bin so fast schon selbst ein Käpt'n. Also, Janeway, nimm dich in Acht. Ich übernehme das nächste Mal für dich. Von Fenrich zum Fahnenträger. So sieht das aus. Sind Sie in Ordnung, Austin? Mir geht's gut. Ah ja? Alex, was wissen wir über diese Harvester? Nicht viel. Wir wissen, dass Sie ein Schiff in Stücke reißen können und dass sogar die Borg Angst vor Ihnen haben. Sie sind völlig resistent gegen die Assimilation. Na, dann sollten wir uns wohl besser in Bewegung setzen. Manche Sachen muss man nicht daraus finden. Ich finde es sehr schön, dass Sie wirklich auch die originalen Sprecher dazu nochmal gekriegt haben, die Loka hierfür zu machen. Ich hoffe nur, Turvok hat recht und dieses Kampfschiff funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich diesen Harvestern von Angesicht zu Angesicht begegnen möchte. Turvok hat für Gewürztrecht. Wir haben jede Menge Zeit, auf das Schiff zu gelangen und zu feuern. Danach sollten wir wieder freikommen. Oh nein, du wirst sterben. Natürlich kenne ich Murphys Gesetz. In Detroit geht er umher und sagt, ich bin Murphy. Geben Sie mir Babybrei. Na gut. Hast du noch was für mich? Nein. Gebt, wo geht ihr denn hin? Ach, ah, Waffen holen. Ja, klar. Geben wir die Waffen. Ich nehme meine Waffen mit. Geben Wächter. Alles meins. Geil. Geil, geil, geil. Gib mir alles. Alles habe ich mitgenommen. Geilen Stein. So in dem Photonenstoß auch noch. Gut. Ach ne, Beamsen bestimmt noch. Falsch. Falsch. Richtig. So Leute. Alter, ihr habt Hüte auch. Kriege ich auch einen? Habe ich so einen Hut? Scheiße, ich kann mich mit dem Schatten nicht sehen. Habe ich auch so einen? Ich habe auch so einen Hut. Ja. Wieso sagt mir das denn keiner? Die Koordinaten erhalten und eingegeben, Chef. Wenn es das letzte ist, was ich sehe, dann bin ich zufrieden. Äh. Beamst du mich jetzt rüber? Ja, ich warte. Wir sollten keine Zeit verschwenden, Fähnrich. Ja. Ach, Tuvok, du bist ja auch da. Wie passt denn dein Bummskopf da rein? Ha. Tuvok. Dein Bummskopf. Wie passt der da rein? Äh. Ja. Lass mich doch. Mr. Pelletier, Energie. Na toll. Ich muss an der richtigen Ecke stehen. Die Schwerkraft ist ein bisschen gering hier. Wir hätten Gravitationsstiefel mitnehmen sollen. Es gibt auf dieser Ebene teilweise keine Energie. Kommt der mal an? Das sieht nach Kämpfern aus. Kämpfer? Ich habe gedacht, dass dieses Schiff keine Mannschaft hätte. Vielleicht sind sie automatisiert. Oha. Wir haben keine Zeit für Spekulationen. Wir sollten weitermachen. Scheiße, ich dachte gerade, ich bin im Weltraum gefallen. Irgendwann gibt es hier eine Leila. Oh. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Wie geil ist das denn? Antigravitation. Der Hammer. Bist du an die Tür? Mach mal auf hier. Die Tür öffnet sich nicht. Wie ich gedacht habe, es gibt keine Energie. Lass mich mal machen. Was haben wir aus dem Riss der Hülle geschleudert, wenn wir die Tür einfach so öffnen? Wir müssen die Umgebungsbedingungen dieses Hangars normalisieren, bevor wir fortfahren. Kriechen. Das sieht aus, als wäre eine Computerkonsole auf der oberen Ebene. Vielleicht können wir sie wieder mit Energie versorgen. Mr. Monroe, finden Sie einen Tuch und sehen Sie, was Sie tun können. Ja, okay. Ich gucke mal. Hier. Nope. Komm, ich stehe hoch. Kannst du mich hopsen? Ja, der Chat sagt es. Mein Name ist Andi Gravitation. Wer quietscht denn da? Ah, muss ich raus? Nein. Aber ich bin jetzt hier. Da, guck mal. Da geht's. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Wertvolle Sprunganlagen. Schau dir das an. So wird ein Schuh draus. Ein Eindämmungsfeld. Umgebungsbedingungen normalisieren sich. Wie, nimmt die? Nein, behalt die Helme doch drauf. Nein, lassen Sie sie an, bis wir zum Kontrollraum geladen und ich die Umgebungsbedingungen für das gesamte Schiff normalisieren kann. Ich hab vergessen, dass die Gravitation jetzt normal ist. Können Sie die Tür öffnen? Oh Gott, der stirbt gleich. Der ist ein großes Monster hinter ihm. Gehen Sie voran. Muss ich? Chell, gehen Sie voran. Alter, schau es dir an. Deine Hüfte ist aus Gummi. Was ist hier denn hier? Ja, gut. Gehen wir los. So. Ach, kein Problem. Fällt nur die Decke auf den Kopf. Da. Wo? Diese Machete ist mit Explosiven. Das ist ein Harvester? Die Dinger? Ich weiß nicht. Der hat größer ausgesehen, bevor wir ihn getötet haben. Äh? Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, Mr. Chell, dass Sie nicht einen von uns für einen Harvester halten. Okay, das sind nicht die Harvester, die dachten nur, dass wir einen welche. Das sind die Krabbelviecher von vorher. Mr. Chell, wenn Sie so freundlich wären. Ja, mach mal jetzt. Chelliboy. Chellibally, wo bist du denn? Wo läufst du denn lang? Ja, komm. Mach mal. Muss ich jetzt hier warten, bis du mir die Tür aufmachst? Achso, ich muss da hoch, ne? Ne, guck mal. Ich muss echt warten, bis hier ein scheiß Paneel geht. Ich gucke aber hier einmal kurz. Lebensenergie. Oh, das sieht ein bisschen anders aus hier. So, komm mal her. Waren wir runter. Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Wie ihr langsam warten müsst, bis alle hier reinkommen. Alter, Leute. Und, wie geht's euch so? Schaust ihr an? Ja, beeil dich ruhig nicht. Wir sind immer auch tot. Da ist ja noch einer. Komm mal du her, ja. Hätte ich ja hochspringen können. Huvok! Hieronimo! Willst du das auch ballern? Das muss eine ganz schöne Explosion gewesen sein, dass das Schiff so beschädigt ist. Uh, Kälteschlafkammern. Guck mal, dass man da auch nicht sehen kann, was da drin liegt, ne? Recht ungesund. Etwas auf der anderen Seite. Wo seid ihr denn? Ihr Hopi-Kloppis. Sieht so aus wie Tiefschlafbitten. Ich schütze, es gab wohl noch eine Besatzung. Eine kleine Mannschaft vielleicht. Also, wo sind sie? Aber es da? Ich bin sicher, wir werden das bald herausfinden. Der Kontrollraum befindet sich ein Deck über diesem. Wir müssen zu dem Lift gelangen. Chang, stellen Sie fest, ob diese Trümmer weggesprengt werden können. Ja, mach das mal, Chang. Jetzt finden Sie einen Plan dieses Decks. Los! Xetlos, Sie und ich werden versuchen, die blockierte Tür mit Gewalt zu öffnen. Ja, Gewalt! In One Row, Murphy, finden Sie heraus, ob es einen anderen Weg gibt. Mach mal Gewalt hier, bitte. Na gut. Also, ich hier... Ich weiß nicht, Sir. Ich glaube nicht, dass diese Tür geöffnet werden kann, ohne dass der Gegenstand, der sie von der anderen Seite blockiert, weggeschoben wird. Oh, jetzt nervt man nicht. Mr. Chang, wie schätzen Sie die Lage ein? Es sieht nicht gut aus, Sir. Die molekulare Dichter und die Richtigkeit dieses Materials sind so stark, dass meine Detonationspacks kaum die Oberfläche ankratzen könnten. Sieht aus, als wäre eine Wartungsluke auf der anderen Seite, aber... Ja, wo? Ah! Ah! Ich kann aus diesem Terminal nicht mehr viel herausholen. Es ist ziemlich übel mitgenommen. Hey, Alex hat einen Ventilationsschacht gefunden. Nice! Lass mich, lass mich mal... Wie gut, alle Phaser mitnehmen. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. Daneben nicht. Sogar kein Laser. Ja gut, lass uns erstmal... Müssen wir wahrscheinlich... Ehe ich hier einfach aufs Paneel tippen oder so, ne? Ne, es gehört zum Bett. Ja, aber komm, was bleibt denn da noch über? Das ist ne Granatkanone, macht da nix. Da ist ein Stuhl in die Tür geglitscht. Oder eine Tür in den Stuhl geglitscht. Eins von den dreien. Aber das ist, glaube ich, Absicht. Vielleicht... Vielleicht... Ah, hier vielleicht, hier vielleicht, hier vielleicht. Oh. 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 Das war blöd. Okay, warte mal. Also ich muss... Aber wie kann ich dich umdenken? Er hat ja Stühle in Angriff genommen, ne? Den Laser auf den Stuhl und anmachen. Ja, ich würde gerne wissen, wie man den Laser dahin brutzelt. Das würde ich gerne, ähm... Oder muss ich... Muss ich mich verfolgen lassen vom Laser? Hallo, ich bin ein Stuhl. Ich setze mich hin wie ein Stuhl. Verfolge mich. Baller mal drauf. Oder vielleicht aufs Paneel ballern. Ja. 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 Oh, vielleicht, ähm... Okay, nicht so gut. Laserbagnet ist offensichtlich zu lösen. Vielleicht übersehe ich auch ein anderes Paneel. Ah, hier. Guck mal, hier. Guck mal, das ist... Das zeigt auch den Stuhl da hinten hin. Aber die Konsole ist kaputt hier. Kann ich das Bett aktivieren vielleicht? Oder habt ihr eine Idee? Okay, ich hätte nicht durchlaufen sollen, während der Laser da aktiv ist. Hinter dem Bett, sagt der Chat. Och, nee. Ist das euer Ernst? Also, danke, äh... Werter reiner Stoff im Chat. Wer kommt denn da rauf? Also, ich hätte doch nicht gedacht, dass ich da nach hinten gehen kann. Was ist denn das für ein Quatsch? Das bewegt sich nicht mal. Dann muss ich das da aktivieren. Okay. 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 Huh? Ah, jetzt guckt er nach oben. Wer macht denn sowas? Okay, jetzt guckt er nach oben. Also irgendwas habe ich gemacht, es ist ja nach oben guckt zumindest. So, ich will, dass du gegen den Uhrzeigersinn dich drehst. Passiert nichts. Dann die andere Seite. Jede Richtung braucht ein eigenes Terminal, ja. Ich bin auch irritiert, dass ich, ja vielleicht, wenn ich mich ducke. Okay, so kann ich immerhin sehen. Jetzt wissen wir, warum dieses Spiel auch so lange dauert. Dieses Spiel machen wir fertig. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon mal da? Also vielleicht mache ich wieder was falsch. Aber es bewegt sich immerhin. Oh boy. So, noch ein bisschen und dann höher den Laser. Okay, und jetzt hoch mit dem Laser. Ich halte schon gedrückt, wer der Chat. Okay. Jetzt komm. Ja, 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 ja. Okay, okay, wir haben es fast. Weiter, fahr weiter. Nein. Nein. Okay. 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 Aber wieso geht er denn doch da? Noch einen höher. Okay, okay, okay. Jetzt nach da hin. Noch einer. Oh. Könnte es sein. Schau es an. Schau dir das an. Mitten auf dem Stuhl. Ja, komm ruhig rein. Er hat es geschafft. Gute Arbeit, Monroe. Ja, während ihr reinkommt, gehe ich kurz ans Terminal. Gutes denken, Fenrich. Gute Arbeit. Laser. So. Hey, Vorsicht! Was? Das ist nicht. Ja gut, ich wollte es mal probieren. ich wollte mal gucken ob es geht konnte mehr und jetzt muss ich wieder warten bis der boolean daran geht oder klappt nicht ach ne wirklich ja komm ich drück hier bewegt dich bewegt dich was hast du jetzt anders gemacht als ich oh gott jetzt kommen die alle wieder her ja was was geht bei euch im chat so holy shitballs also gut wahrscheinlich kommen wir nicht heute mit dem spiel durch gregor ist nicht der imposter die anderen sind die imposter da rutsche ich hier den stuhl runter aber daran kann ich mich nicht satt sehen an party tuwok danke gregor wegen dir habe ich lead forster am wochenende durchgespielt sagt shiko im chat ja gern geschehen hat spaß gemacht oh kommando speichern level kommando komm nando so oh habe ich gerade ich kann ja nichts dafür dass mir die vor die blinde gelaufen ist man aber es ist eine geile waffe voll aber kann ich gemerkt dass die die ist ja zielschuss gelenkt so hier rollnimmons cadillac geben siemain lebt er noch ов hab geschafft horm Sieht aus, als hätten Sie versucht, in den Kontrollraum zu gelangen. Diese Tür konnten Sie aber nicht öffnen. Sehen Sie zu, dass es Ihnen besser ergeht, Mr. Chester. Was für ein Desaster. Vielen Dank hat sich die Mannschaft hier zum letzten Mal gegen die Harvester zur Wehr gesetzt. Ja, mach mal auf jetzt. Ich glaube, Chels stirbt jetzt. Sieht aus, als würden Sie sich zum Kampf bereit machen. Nicht, dass es Ihnen genützt hätte. Chels, geh aus dem Weg. Ich hätte wohl nicht viel von einem Techniker, wenn ich nicht nur eine Tür öffnen könnte. Jetzt sind wir hier auf der... Wie ist das Schiff von Stargate SG-1, was Sie von den Asgard bekommen haben? Wie ist das Schiff, das die Menschheit von den Asgard gekriegt hat? Sieht so ein bisschen aus wie das hier, ne? Chels, versiegeln Sie die Tür für den Fall, dass noch mehr Scavenger da sind. Hm, dieser Raum sieht ziemlich unberührt aus. Die Harvester sind wohl nicht so weit vorgedrungen. Die Mannschaft muss sie aufgehalten haben. Apollo oder Daedalus. Prometheus, glaube ich, war es, ne? Alles klar! Boah, voll zugemacht. Doch, die hatten irgendwann mal tatsächlich doch so ein Schiff bekommen bei SG-1. Von den Asgard. War das wirklich die O'Neill? Noch etwas funktioniert wie geplant. Die Umgebungsbedingungen sind normalisiert. Sie können ihre Helme absetzen. Ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Computer-Logbuch aus. Lieberate Tuteme. Können Sie es noch einmal abspielen? Ja, ich schicke es jetzt durch den Übersetzer. Hilfe! Hilfe! Ah! Ich habe recht. Sie kommen durch die Hülle. Unsere Waffen sind loslos. Ich kann nicht... Ah! Gar! Die Verteidigung des Himmels sind abgeschnitten. Werden abgeschlachtet. Nein! Nein, zurück! Nein! Warum? Nein! Kann uns denn niemand helfen? Bitte ich. Sie bringen uns alle um. Zerstören unser Schiff. Niemand kann sie aufhalten. Ah! Das ist ja großartig. Ablenkungen helfen uns nicht dabei, unsere Ziele zu erreichen. Setze die Helme wieder auf. Mr. Churn, nehmen Sie sich zusammen. Sie reißen die Voyager auseinander. Das ist genau das, was wir hier verhindern sollen. Auf jeden Fall ist das ein Rückschlag. Oh nein! Schätze, ich habe mich zu früh gefreut. Ich kann auf das Kampfschiff zielen und von hier aus feuern. Aber der Lademechanismus scheint nicht zu funktionieren. Die Ladung muss manuell geladen werden. Chell, werden Sie ein Torpedo. Gehen Sie in den Schacht. Nehmen Sie eine kleine Gruppe mit zum Geschützrohr und fahren Sie mit dem Wartungswagen bis zum Ende. Dieser Plasma-Fokus-Land ist falsch eingesteckt. Oh, Wartungswagen. Das heißt, äh, Rail-Shooter, oder? Dann machen Sie sich auf den Weg zur Zündkammer. Sobald Sie dort sind, müssen Sie den Energierundstab in die Zündkammer laden. Wenn Sie das getan haben, kann ich auf das Kampfschiff feuern. Gut. Chang, Xadlos, Sie kommen mit mir. Chell, Sie und Helsia bleiben hier. Puh, ich wusste, dass ich dran will. Ey, kein Grund zur Aufregung. Das Schiff ist verlassen. Es sollte keine Schwierigkeiten geben. Der stirbt als Erster. ...dass er an den Liften und Türen im Schiff der Artikel. Sie sollten von hier aus problemlos weiterkommen. Es war seine erste Mission und da ist er gestärbt. Wäre super cool, wenn man jetzt auch Chialco oder sowas hier trifft, ne? Ich meine, die, ähm, warte mal, lass mich ja kurz speichern. Rail, Dutti, schätze ich mal jetzt hier. Also der Symbion von Jezia, die Trill und, ähm, die Goa-Ult. Ist das nicht fast das Gleiche? Ich bin auf diesem Wege zurück. Oder war da, nee, nee, nicht die, 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 die Goa-Ult waren die, ähm, die die Symbionten getragen haben, ne? Wie hießen dann die, die, äh, ägyptischen Götter da? Die kleine Lurche waren bei Stargate. Das waren nicht die Goa-Ult, ne? Oh, oh. Oh. Er stirbt als Erster. Mr. Monroe, was passiert dort unten? Ich registriere eine Energiewelle. Ach, Goa-Ult waren doch die Jaffar waren die Träger, okay. Ja, ihr habt recht. Jaffar waren die Träger, stimmt. Jaffar Kree. Jetzt weiß ich es wieder. Mr. Monroe, wie ist Ihr Status? Dieses Schiff ist nicht ganz so tot, wie wir dachten, Sir. Wie oft Apophis wieder zurückgekommen ist. Sie müssen von einem anderen Teil des Schiffes gesteuert werden. Ach, da geht's durch. Sie müssen einfach nur vorsichtig sein. In Ordnung, Tuvok endet. Vielleicht sind es nur Wartungsroboter. Du bist sowas von sterben, mein Freund. Drogen. Ah. Du bist sowas von sterben. Du bist sowas von sterben. Drogen. Das ist sowas von sterben. Gehört das so? Ich traue mich ja nicht, da runter zu fallen. Wo? Wo? Wie viel? Warum? Ach da! Sag das doch gleich. Aber die Trill und die Goa-Woods sind doch nicht so weit voneinander entfernt. Seien Sie vorsichtig da drunten, Munro. Trieh ich schon hin. Uff. Okay. Uff. Oh, schade ist zu Ende. Meine Energie. Uiuiui. Was habe ich denn da gemacht? Uff. Kletter mal hoch. Speedrun-Strats, ja? Äh. Kommst du mal runter? So, was habe ich jetzt gemacht? Ah, jetzt ist die Treppe da runter oder so. Oh, das war's. Jawohl. Ui. Ah! 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 Sehr viele Aufzüge hier. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Fahrsequenz, aber vielleicht gehen wir jetzt hochkant nach oben, ne? Oh, noch ein Level. Noch ein. Noch ein Level. So weiß ich immer, wo ich bin. Kaplar. Unten bleibst du. Kaplar, kaplar. Oh. Ist das in Klingonisch hier? Nein, ne? Kaplar. Was für hier? Ah, nicht nah dran. Der explodiert doch noch. Ich gehe da gleich wieder hin. Ich lasse mich erst mal zurück hier. Lass mal gucken, was hier ist. Sag mal. Bist du denn? Ich habe ja sonst nichts mehr. Mir ist ja leid. So, was passiert denn jetzt hier? Ja, ich hätte auch gleich die Waffenenergie nehmen sollen. Schau es mal an. Lebensenergie. Lebensenergie. Volle Pulle. Alles voll hier. Ist das okay? Da ist nochmal Waffenenergie. Okay, okay, okay. Geil. Geil ist das. Wenn wir schon bei Science-Fiction-Serien sind, klar. Stargate SG-1 lässt sich natürlich am ehesten vergleichen mit... Achso, hier. Mit Star Trek. TNG, Voyager, DS9 natürlich. Aber gibt es ja noch ein paar andere ganz gute. Speziell aus 80er, 90er. Passcape. Auch eine gute Serie. Bisschen geschmäcklerisch natürlich, ne? Mit den ganzen Puppen, ob man das auch mag oder nicht. Aber waren durchaus ein paar gute Folgen. Babylon 5, vielleicht sogar die beste. Holy Shit, Endboss. Firefly, ja. Aber Firefly ist auch nur eine Staffel gewesen. Die hat aber kein Potenzial gehabt, richtig gut zu werden. Leider. Also, wo die das Potenzial nicht ausschöpfen können. Oh, so wie er ist die. Was willst du denn von mir? Ja, das war ja nix. Von wegen, Wartungsroboter. War ja nix, mein Freund. Sieht aus, als kämen wir nur auf einem Weg weiter. Wir müssen den Fahrstuhl nach unten nehmen. Von dort kam der Roboter. Ach so, ja. Können wir uns zwar mal den... den Serien wieder widmen. Einfach nur hier? Ah ja, geht von alleine. Noch ein Level. Noch, äh, noch'n? Noch'n. Noch'n, noch'n Level. Andromeda war nie meins, muss ich sagen. Wäre der Yannick im Chat. Andromeda mit Herk... Das war das mit Herkules, ne? Oh, das Ding fliegt ja. Das ist ja geflogen. Was wir hier erst mal mitnehmen? Was haben Sie aufgehoben? Oh. So etwas wie ein Scheißgerät. Ist aber eine ganz brauchbare Waffe. Das sieht ja gut aus. Holy shit. Das sieht wirklich gut aus. Noch Helden übersparen können brauch ich gar nicht. Äh, ja, Babylon 5 ist super. Lex, hab' ich... Lex the Dark Zone hab' ich nie so richtig geguckt, muss ich auch sagen. Das war ja... Wo wurde das ausgestrahlt? Weiß nicht. Könnt ihr euch noch an die... Also, wenn ihr zu der... zu der Zeit geschaut habt. Jetzt geht doch mir nicht über die Fresse hier. Du Hackepeter. Ähm, habt ihr zu der Zeit... Boah. Geht mir auf den Sack. Super Waffeführer, was er übrigens... Vorsicht. Jetzt könnten noch andere da sein. Ähm, die... Die ganzen, ähm... Achso, die ganzen RTL... Ähm, RTL-Sonntagnachmittags... Wir müssen weiter, Austin. Die Voyager zählt auf uns. Behmen Sie ihn zurück auf die Krankenstation. Er ist tot. Wo ist denn der Autosave? Ich will nicht, dass er tot ist. Äh, was ist denn mein neuestes Save hier? Was haben wir jetzt? 23, 19. Ist da noch einer? Oder ist es der... Noch und noch ein Level? Das ist von der letzten Woche. Oh, natürlich nicht. Nee, ich will nicht, dass er so früh stirbt. Äh, Earth 2. Die zweite Erde. Wollte ich nur ansprechen. Lachen wir mal nochmal. Mann. Hey, der läuft aber auch wie der letzte Trottel da durch. Hör, 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 hör. So, geben wir mal Waffenenergie wieder. So, und jetzt speichern wir nochmal ab. Bl-bliss. Wie auch immer. Oh, lauf mir nicht vor die Flinte. Zuhorber, hotz und flotz. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Guck mal lieber die Möhrchen. So, das war das. Bl-bliss. Oh. Vorsicht, es könnten noch andere da sein. Ach was. Du Vollhonk. Mann, 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 Mann. Der hält ja auch gar nichts aus. Ja, komme ich jetzt nicht hoch. Da habe ich keinen Bock zu gucken. Wo ich springen kann. Äh, so. Also. Das ist es nicht. Das habe ich schon gemacht. Also, ähm, muss ich doch das hier machen. Sliders. Sliders. Ja, Sliders. Ja, stimmt. Das war ja auch so Sonntagnachmittag. Mit Jerry O'Connell. Mit, ähm, Quinn Mallory, hieß er da, ne? Durch die Dimension mit, ähm, wie ist die Frau, die in den ersten Staffeln noch mitgefahren ist? Sozusagen. Wir müssen irgendwie dort oben hin. Äh. Ja, ich bin ja hier oben, aber wohin genau? Wo willst du mich hinschicken? Hier oben will ich hin, ne? Ach ja, da oben. Okay, wie komme ich denn da hin? Hier nicht. Mit Gimli, genau. Wade. Wade Wells. Ja, Wade hieß sie, ne? Und dann wurde sie ausgetauscht nach zwei Staffeln. Irgendeine andere Frau. War auch nicht verstanden, was da genau passiert ist. Wie komme ich denn da am besten hoch? Ach, eine Kontrollkonsole. Oh Gott, ist es denn ernst? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Die dreibeinigen Herrscher war so ein bisschen, ja, die gab es auch, aber es war keine RTL-Serie. Wollen wir noch mehr? Nein. Das ist eine sehr gute Waffe für die Gegner hier. Okay. Oh, ich kriege alle hin. Okay, Thunder in Paradise, weiß nicht, ob man das unbedingt als Sci-Fi-Serie zählen möchte. Aber natürlich habe ich auch Thunder in Paradise geguckt. Der Wagen sollte in der Nähe sein. Nehmen Sie ihn und fahren Sie runter zur Plasma-Fokuskammer. Sie müssen sich beeilen. Noch lebst du Kanonenfutter. Sea Quest. Ja, Sea Quest natürlich. Sea Quest würde ich doch als Sci-Fi-Serie zählen, auch wenn es unter Wasser war mit dem sprechenden Delfin und Jonathan Brand ist, Alter, voll in der Dyson-Sphäre hier. Was geht hier? Ich weiß nicht, sogar Lichter haben sie. Geil hier ist das. Thunder, Thunder in Paradise. Ja, Herkules und Xena waren auch super. Xena fand ich sogar besser als Herkules. Mein Name ist Kules. Herkules. Meine Abstimmung. Das ist wohl die Rail-Sequenz, in die ich dachte. Okay, jetzt wären wir sehr oldschool mit den 6 Millionen Dollar Mann und die 7 Millionen Dollar Frau. Das ist nämlich wirklich 70er. So, ich nenne das mal Level 30, auch wenn es wahrscheinlich nicht stimmt. Wow. Vorsichtig. Das sieht aus wie super erhitztes Ionengas. Das würde sofort das Fleisch von Ihren Knochen senken. Großartig. Kommst du mal her? Jetzt guckt euch doch noch nicht diese die Braterei da an. Also ich muss wahrscheinlich jetzt das Feuer ausmachen. Oh, wie viel? Das reicht wahrscheinlich. Ich dachte, ich kann hier irgendwo runter. Aber dem ist wohl nicht so. Okay, die warten drauf, dass ich ausmache. Die helfen mir nicht, ne? Ist das ein Aufzug? Nein. Irgendwo ist bestimmt noch so ein Aufzug. Das ist hier noch Waffenenergie. Die Dinger machen nichts. Was übersehe ich denn hier? Gerade ist hier noch eine Tür. Durch die Kraftfelder kann ich nicht durch. Hier. Hier sind nur Lichter. Lass mich mal hier unten gucken. Was ist denn? Habe ich für was übersehen? Hier wird mein Fleisch gekocht. Ah! Die Spezialisten unterwegs. jetzt werdet ihr auch sehr oldschoolig. Da gab es aber nur eine Staffel von, ne? Das war die Truppe, die so Spezialfähigkeiten hatte. Der eine, der ganz klein werden konnte mit Courtney Cox, glaube ich, ne? Ich schieße einfach überall hin. Kann ich das vielleicht ausmachen? Warte mal, das geht hier durch die Wand. Unter dem Fahrstuhl, oh, wirklich? Unter dem Fahrstuhl, oder? Oh Gott, ihr habt, glaube ich, recht. Oh, ich werde nicht mehr. ihr macht mich alle fertig. Aber danke, Leute. Zurück in die Vergangenheit, auch tolle Serie. Quantum Leap. Ah! Ah! Ich werde nicht mehr. 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 Weggewamst. Hey, Munro! Was auch immer Sie getan haben, es hat funktioniert. Das Gas strömt nicht mehr aus. Immer noch. In dem Zusammenhang... Ich habe überlegt, ob ich vielleicht für eine der Sessions... Aber ich weiß nicht, ob das dann zu oldschoolig ist. Wollen wir mal Jagd um die Welt schnappt Carmen Sandiego spielen? Weil das habe ich auch mal für das Super Nintendo gespielt, gehabt. Das können wir auch noch mal zocken. Lops. Blonk. Granatwerfer ist auch nicht schlecht. Es könnten noch andere da sein. Wo? Wo? Wie viel? Warum? Granatwerfer ist wirklich gut. Wir müssen in der Nähe der Fokuskammer sein. Das klingt zumindest so, als ob man speichern sollte. O-Bus-Kammer. 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 Okay. Ein schöner Sound-Effect, ja, ich weiß. Holy shit. Auf der anderen Seite, so. Kann ich mich da durchducken? Bleibt die Frage. Mal sehen, ob ich außenrum kann. Ach, ich kann hier hoch. Na gut, kann mir jemand sagen, ne? Vielleicht ist hier noch was Cooles. Waffenenergie nehme ich gerne mit. Weil hier geht die Tür auch nicht auf. Oi, oi, oi. Die gravitische Panzerung in dieser Ebene darf nicht vollgeladen sein. Okay, ja, dann müssen wir erst mal diesen Scheiß da drüben machen, leider, ne? Und hier... Oh, okay, okay, okay. Das können für andere da sein. Aaaaaaah! Okay! Ihr Urteilsvermögen lässt einiges zu wünschen übrig. Ich dachte, ich kann da durchtauchen. Ich dachte, ich kann da unten durchtauchen. Aber dem war nicht so. Okay. Okay. So, wo sind wir hier? Ja. Ja. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich auf die andere Seite? Ich speichere erst mal ab. Äh, andere Seite. Könnt ihr Räuberleiter machen oder so? Kann ich auf dich rausspringen? Boah, der Soundeffekt geht mir hier mega auf den Sack. Ich bin jetzt tatsächlich irgendwo von außen rum. Wenn sich diese Soundeffekte ausgedastet hat, geht hier auch auf keine Kuhhaut. So, wie kommen wir da durch? Ah, kann ich... Ah, kann ich mal gucken, dass ich es kurzfristig ausmache irgendwo? Vielleicht doch von hier. Wir kommen hier zwar nicht durch, aber vielleicht kann ich das kurzfristig unterbrechen. Die Gravitische Panzerung in dieser Ebene darf nicht voll gelassen. Okay, also Gravitische Panzerung genau, damit wir... Oh, guck mal. Ich muss bestimmt erst mal von hier das machen. Ich muss das bestimmt erst mal von hier machen. Ah, nein, nicht runterfallen. Da, hier bestimmt. Meint ihr, ist es das gewesen? Da kann ich jetzt unten durch. Ich guck mal jetzt, ob das das abgeschaltet hat. No. Hat gar nichts gemacht. Was hat es denn dann geöffnet? Hat es unten eine Tür aufgemacht? Die Tür ist verschlossen, Sir. Tuwok sagte, dass er alle Sicherheitsschlösser deaktiviert hat. So schade, dass Cher nicht hier ist. Da sind einige Mikrofissuren in der Türstruktur. Ich glaube, ich kann sie wegpusten. Okay, wo ist du... Wo ist du... Ach, da! Wo seid ihr denn da schon? Ich habe die dumme Katze nicht abgewartet. Wenn ich nicht mal eine Tür wegpusten könnte. Es reicht doch. Alles gewamst. So, äh, okay. Dann weiß ich auch nicht. Da schwitzt dir die Kimme hier. Eigentlich bist du ja auch schon längst tot, mein blonder Freund. So, was jetzt? Ach, hier. Wo sind wir gelandet? Ach, komm. Jetzt ist es geil. Der Pasmastrom ist wieder ausgerichtet. Gut gemacht. Jetzt begeben Sie sich zur Zündkammer und bringen Sie die Ladung an. Okay. Da kann ich jetzt da herum. So rum ging das. Begeben Sie sich achtern. Nach hinten. Zum Schiff. Achtern. War das gut? Oder seid ihr jetzt wieder da oben? Okay, ich hätte gedacht, dass jetzt hier eine Tür aufgeht oder so. Was haben wir jetzt damit aufgemacht? Was haben wir damit aktiviert? Da ist er. Schnauze. Schnauze, Monroe. Aber wohin denn jetzt? Ach, da. Oh Gott. Ja, aber hier habe ich doch schon geguckt, ob das Ding aufgeht. Mann, 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 Mann. Jagd um die Welt schnappt Carmen Gregedo. Ja, das war auch mal was. Ich kann das Harvest Komm mal her, meine Freunde. Können wir runtergucken. Noch lebst du. Auch wenn dein... Gott, dein Hals nicht gesund ausschaut. Da guckst du, ne? Uh, Kaplar. Ich muss mal einfach dran schießen. Wo seid ihr denn? Oh, Alter. Ich stehe ja voll auf Kraftfeldern hier. Das ist nicht gesund. Das ist gar nicht gesund hier. Wo komme ich denn wieder hoch? Oh, oh. Bin ich angeschissen? Oh, voll der Friedhof hier. Ach da. Okay, also. Ich rutsche hier weg auch. Solange die Stäbe... Solange die Stäbe unten sind. Ja, äh, was ist mit Ducken? Ah! Okay, jetzt verstehe ich, warum. Sind wir von hier gekommen oder von da? Von hier sind wir gekommen, ne? Oder sind wir von hier gekommen? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Zwei Aufzüge, oder? Nee, von der anderen Seite sind wir gekommen. Komm her, meine Freunde. Das ihr beide so unfähig seid, ey. Dass ihr beide so unfähig seid. Was suppelt denn hier? Was suppelt denn hier? Dieses Ding ist wunderschön. Ah! Da suppelt hier einiges. Wo? Wo? Da. Pew, pew! So, da kann ich hin. Ich dachte schon, ich fall da runter. Geil. Oh, oh, noch mehr Roboter. Ah, komm her, Kolleginnen und Kollegen. Bist auch im Volltrottel. Oh, dass ihr euch direkt in die Roboter reinstellt, ey. Ihr Hopi-Floopis. Lebt ihr noch? Ihr seid Vollidioten. Mann, 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 Mann. Ja, komm her, komm her. Bist auch im Vollidioten. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Bomb. So. Ich hab mal ein bisschen Waffenenergie. Oh, Waffenenergie. Geil. Ja, gut. Oh! Lauf mir nicht vor die Flinte. Du sollst doch wissen, dass ich das nicht mag. Rückt auf! War das gut? War das nicht gut? Ist ein Engel auf Erden auch Sci-Fi? Ja, Fiktion ist auf jeden Fall. Also als Kind habe ich das natürlich auch geguckt. Mit Michael Landon. Ich kann mich an eine Folge erinnern von den Engel auf Erden. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet die Folge noch so gut im Gedächtnis habe. Ich weiß, dass ich damals bei meinen Großeltern geschaut habe. In den 80ern noch. Und das war die Folge, wo Lucifer versucht hat, den Kumpel von Michael Engel Landon zu betören. Hat er sich als Mensch verkleidet? Der Teufel. In Menschengestalt. Das muss eine richtige Propaganda gewesen sein, ne? So Christenpropaganda, ey. Ich muss mal eine Folge gucken. Das ist wahrscheinlich ganz schlimm gewesen. Oh, mein Energie fast weg hier. Oh, mein Energie fast weg hier. Was, Zeit gibt's auch? Oh, wie? Oh, wie? Die Voyager zählt auf uns. Beieben Sie ihn zurück auf die Kalle. Michi-Boll. Na gut, dann ist Michi-Boll jetzt tot. Na gut. Was soll's. Ich anvisiere das Laden, Kommander. Verstanden. Ich initiiere die Abschlusssequenz. Bereiten Sie sich darauf vor, zurück zur Voyager zu... So kurz davor hat es ihn gefetzt. Naja. Ich hab ja gesagt, die überlebt nicht. Oh, was geht denn ab hier? Ich hoffe, der lässt nie nichts über. Naja, ich glaub, eine Belobigung krieg ich jetzt wahrscheinlich nicht, wo der Typ weggefetzt ist. Wo sind die anderen? Wir haben einige Schäden erlitten, daher mussten wir sie getrennt zurückbehmen. Tuvok braucht sie. Na los. Das Harvester-Schiff wurde nur kampfunfähig gemacht. Sie versuchen jetzt, uns zu entern. Das ist ein zähes Schiff. Aber wenigstens ist die Voyager noch... Gehen wir aus dem Weg. Chang, Munro. Die Andock-Haken der Harvester drohen die Hülle zu durchbrechen. Gehen Sie zum Ausrüstungsraum und besorgen Sie sich Vorräte. Los. Oh, Alter. Ich bin mir von der Tarantel gestochen. Hatte ich gesehen? Vorsicht. Geh mal durch hier. Stärkere Waffen können nicht schaden. Der Doktor. Was Sie sehen können, hat es einige Opfer gegeben. Benötigen Sie medizinische Hilfe. Ja, sieht nicht gut aus. Die Zwilling sind tot. Oh, der auch. Wenn Sie medizinische Hilfe benötigen, kommen Sie einfach vorbei. Alter. Ah, ne. Der hat mir zugezwinkert, dass es hier noch gut geht. Na ja. So. Fertig? Oh, der auch. Die Harvester sind fast durch. Kommen Sie. Alter, wo läufst du hin? Alter, der ist wie vom Affenzahn, ey. Oh, nein. Nicht der. Oh, nein. Oh, nein. Schnorresmann ist tot. Oh, da steht er wieder. Nee. Da steht er wieder. Oh Gott. Retten Sie mich, Doktor. Ich bin verkrüppelt. Sind Sie verletzt? Er lebt noch. Doktor, entkrüppel den doch mal bitte wieder. Leichte Verbrennung. Boah. Haben wir nochmal Glück gehabt? Holy shit. Ich habe mir echt Sorgen gemacht gerade. Leichte Verbrennung. Komm, Doktor. Hilf dem doch mal. Leichte Verbrennung. Ja, komm. Dafür bist du auf die Medizinstuhle gegangen. Lass mich raten. Leichte Verbrennung. Entspannen Sie sich, Crewman. Ich weiß, was ich tue. Es wird Ihnen bald gut gehen. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Autsch. Leichte Knorpelhyalinisation mit einhergehender Zerrung. Oh, eine Bänderdehnung in der Unterhose also. Aber jetzt hilf mal unserem Kollegen hier. Leichte Blutung im Abdomen. Ih. Na gut, du hältst dich da auch fest. Sag mal. Doktor, kümmer dich doch mal um einen Patienten. Der hier. Der blutet gerade aus. Ja. Seine Rippen sind perforiert. Seine Lunge ist kollabiert. Na gut, na gut. Komm. Ihr überlebt es. Leichte Blutung im Abdomen. Ich gebe dir das gleich. Das hat er aber auch davon, dass er so schnell gelaufen ist. Das ist ja noch ein Toter. Alter, das sieht nicht gesund aus. Ich kaufe dir. Nein, doch nicht. Ah. Entschuldigung. Aber dein Abzeichen brauchst du doch nicht mehr, oder? Oh Mann. Likes. Was sind die Dingsis? Oha. Oha, Cubbies. Oha. 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 Oha, oha. Jetzt geht's hier ab hier. Der erste FC Süder Prado gegen Holzbein Kiel. 1 zu 1 steht es gerade. Und ah. Alter, was geht denn hier? Warte mal. Rick? Thanks for the lovely evening. Sabina. Sabria. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Okay. Mein Gott, sie sind überall. Jax. Sie dringen durch die Wände ein. Sie fahren unsere Autos und trinken unser Bier und trinken durch unsere Wände ein. Ja. Jax. Ja, sei doch ein bisschen blöd. Wo kommt ihr denn alle her? Alter. Picken, ja. Da kommen doch unendliche. Aber soll ich, kann ich da hoch? Ey, wenn ich dich erwische. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Okay. Alles gut, meine Freunde. Ach. So, jetzt haben wir hoch. Oh, danke sehr. Gebst du wieder? Oh, jetzt ist ein anderer Typ. Alter Verwalter. Ich hoffe, die haben Neelix nicht erwischt. Ah, jetzt sind wir wieder hier. So, ey, das lässt man mich fertig. Nichts in dieser Wohnung drin. Nichts, wirklich nichts außer diesem geilen Poster. Oh, ach, das ist ein Typ. Ich dachte, das war eine Hose. Ich dachte, ich hatte hier seine Hose über die Jacke, über das Sofa gehängt. Nein, der Typ hängt hier auf die, oder die Dame. Dame, glaube ich, ne? Ja. So, Neelix, wo bist du denn? Also... Das ist die gleiche Wohnung, wo wir waren, oder? Scheiße, okay, das ist das Gleiche. Hier waren wir schon mal. Was ist, muss ich tatsächlich da runter? Das wäre nicht so geil, muss ich sagen. Und hier sind wir ja gekommen. Oder? Ja, 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 ja. Ah, ja. Oh, was ist das? Ihhh. Aber wie viel? Äh, warum? Oh, wie friedlich er schläft. 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 Okay, ich hab's ja alle. Ja, Nelix ist okay. Ja, Weltraumzecken. Entscheidungen, Leute. Das Isodesium funktioniert. Die Umgebungskontrollen und die meisten entscheidenden Systeme werden bald wieder aktiv sein. Aber ich weiß nicht, ob die gesamte Energie wiederhergestellt werden kann. Wann haben wir wieder Warp-Antrieb? Ich will die Voyager so weit wie möglich von dieser Todesfalle wegbringen. Ich könnte ihn vielleicht wieder funktionsfähig machen, aber bei dem konstanten Energieverlust durch das Dämpfungsfeld der Forge kann ich nicht für seine Stabilität garantieren. Harry, was ist mit den Sensoren? Können wir... Halt, wollen wir nicht... Du stehst... Schauen Sie fort, Fenrich. Was wollten Sie sagen? Wo sitzt du denn? Wollen wir keinen Gegenangriff starten? Was? Ich meine, wollen wir hier nur rumsitzen und darauf warten, dass Sie uns fertig machen? Oder werden wir zurückschlagen? Ich beabsichtige nicht, die Voyager hier hilflos in der Falle zu lassen, Fenrich. Vielleicht haben Sie eben nicht richtig zugehört, aber wir geben unser Bestes, um hier wegzukommen. Mr. Munro, Sie wurden aus reiner Höflichkeit zu dieser Konferenz gebeten. Captain Janeway hat Ihren Vorschlag abgelehnt. Captain, ich sage doch nur, was sowieso alle denken. Also gut, Fenrich. Sagen Sie uns, was alle denken. Dass Sie eine hoch-erotische Stimme haben. Er hat ständig in der Defensive zu sein. Da muss ich ihm Recht geben. Ich habe mit einigen Besatzungsmitgliedern gesprochen. Ihre Moral ist auf dem Tiefpunkt. Sie fühlen sich verletzlich. Angriff ist mitunter die beste Verteidigung. Aber was sollen wir ohne Antrieb und Waffen machen? Dort hinüber treiben und sie gründlich beschimpfen? Und ohne Hals. Die Probleme dieses Monstrums könnten die Voyager in Fetzen reißen. Man kann nicht jedes Problem mit Gewalt lösen, Fenrich. Aber fast alle. Während wir hier unsere Wunden lecken, könnte die Forge ein weiteres Harvester-Schiff schicken. Das ist ein weiterer Grund, um die Reparaturen schnellstens abzuschließen. Und was ist, wenn wir die Reparaturen wegen dieses Dämpfungsfeldes nicht abschließen können? Ich verstehe. Es geht uns allen so. Ich bin nicht nur der Käpt'n dieses Schiffes, sondern auch seiner Crew. Ich kann die Stimmung meiner Leute nicht einfach ignorieren. Wenn sie keine Gelegenheit erhalten, zurückzuschlagen, werden sie ihre Kampfmoral bis zum Eintreffen des nächsten Harvester-Schiffes vielleicht ganz verloren haben. Captain Janeway? Und ich kann das Schicksal all der anderen zahllosen Opfer dieser Forge nicht ignorieren. Oder das derjenigen, die sie noch fordern will. Haben sie mal über Mom-Jeans nachgedacht? Wir haben uns um unser eigenes Überleben gekämpft, dass wir beinahe unsere Verantwortung denen gegenüber vergessen hätten, die hier ebenfalls gefangen sind. Wenn sich uns eine Gelegenheit bietet, diesen Wahnsinn ein für allemal zu beenden, müssen wir sie ergreifen. Die Voyager kann es jedoch in ihrem derzeitigen Zustand nicht mit der Forge aufnehmen. Mr. Monroe, ich nehme an, Sie haben einen Plan. Das was? Aber klar, ich kann ein kleines Team mit meinen Besten... Was ist denn ein Pferd? Wir können mit der Harvester in die Forge gelangen und ihre Verteidigung lahmlegen, damit sie per Shuttle Verstärkung schicken können. Wenn wir das Dämpfungsfeld deaktivieren, sollten die Voyager und die anderen Schiffe imstande sein zu entkommen. Wir haben keine Ahnung, über welche internen Verteidigungsanlagen das Ding verfügt. Wenigstens können wir der Voyager etwas mehr Zeit verschaffen. Also gut, Tuwak, Chakoté, Monroe, lassen Sie uns einen Plan aufstellen. Es wird Zeit, dass wir es unseren Aggressoren heimzahlen. Ja, hoffen wir es mal. Sobald der Dämpfungsfeldgenerator deaktiviert ist, werden wir die Forge evakuieren und mit den Shuttles zur Voyager zurückkehren. Besatzungsmitglied Jaworski, ja. Sir, wie sollen wir das Harvester-Schiff zur Forge zurückbringen? Wir haben doch keine Ahnung, wie man es steuert, oder? Ein Forschungsteam hat das Harvester-Schiff untersucht und ein automatisches Rückkehrsystem entdeckt. Das Schiff wurde so programmiert, dass es von allein zur Forge zurückkehrt. Der Anführer Ihres Teams, Fenrich Monroe, wird Ihnen nun Ihre genauen Missionsziele mitteilen. Das erste Team wird aus einer kleinen Gruppe bestehen. Mir selbst, Telsia, Beastman und Shell. Wir werden an Bord des Harvester-Schiffes gehen und die automatische Rückkehrsequenz initiieren. Wir gehen davon aus, dass das Harvester-Schiff zu diesem Bereich der Forge zurückkehren wird. Es ist eine Art Undock-Ring, der anscheinend noch nicht fertiggestellt wurde. Unsere Scans weisen darauf hin, dass sich die Energieversorgung für die Verteidigungssysteme in diesem Bereich befindet. Sobald wir sie abgeschaltet haben, werden wir die Verstärkung rufen. Dann sind die anderen an der Reihe. Wenn wir uns treffen, werden wir uns verteilen und diesen Hauptschacht entlang gehen. Wir werden versuchen, den Generator des Dämpfungsfeldes zu finden und zu zerstören, damit die Voyager entkommen kann. Noch Fragen? Liz? Was für einen Widerstand haben wir zu erwarten? Ehrlich gesagt, haben wir keine Ahnung. Wir gehen davon aus, dass da drüben noch mehr Harvester sein werden und wer weiß was noch. Wir wissen nichts über die Forge oder wer sie steuert, aber ich erwarte einen ziemlich starken Widerstand. Hören Sie, ich weiß, dass einige von Ihnen Angst haben. Das geht mir genauso. Aber das Hazard-Team wurde für einen so gefährlichen Einsatz wie diesen hier ausgebildet und... Hazard-Team! Wir können dieses Ding besiegen. Diese Crew hat mich im Laufe der vergangenen Jahre mehrfach überrascht und beeindruckt. Die Sternenflotte, Marquis und andere... Wir alle haben uns zusammengeschlossen und eine Leistung erbracht, die alles, was man von der herausragendsten Crew eines Raumschiffes erwarten kann, übertroffen hat. Ich weiß, dass sie diese Aufgabe erfüllen... Naja, Janeway, das ist jetzt Bauchpinselei, oder? Alles klar, steigen wir in die Anzüge und legen wir los. Mein Team, melden Sie sich in einer halben Stunde am Andockhaken des Harvester-Schiffes. Wegtreten! Ich werde ein richtiger, ich werde ein richtig guter, richtig guter Fenrich. Und Tuvok sagt mir auch Tschüss. Sind Sie gekommen, um Ihr Glück zu wünschen, Tuvok? Ich wollte Sie nur küssen. Ich danke Ihnen, Tuvok. Wir werden zu Ihnen stoßen, sobald Ihr Team die äußeren Verteidigungssysteme deaktiviert hat. Und so ging er auf die Kamikaze-Mission. Guck mal, das Schiff sieht sogar aus wie so eine Schabe. Damit man bloß nicht verwechselt, wer da alles drauf ist. Die Forge Auch bekannt als die Geordi-Love-Forge Tja Leute, damit im Chat wird von der letzten Mission gesprochen. Die werden wir dann nächste Woche angehen, weil einmal darf ich euch am Montag noch mal bespaßen abends. Die Geordi-La-Forge Wo wir hier sind. Einmal darf ich euch noch bespaßen am Montag. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich will auf jeden Fall Elite Force abschließen. Und gleich spielen wir danach noch mal ein bisschen was anderes. Vielleicht tatsächlich mal eine Runde Kamen-San Diego oder sowas, wenn die Zeit noch ausreichen sollte. Und ja, hey, es ist ein schönes Spiel, bisschen dumm, aber das, finde ich, gehört sich auch so. Und weiterhin, ich finde es toll, dass ihr die Sprecher, alle original geträumt, genau. Und ich finde es vor allem toll, dass ihr mit dabei gewesen seid. Kommt auch gerne weiter mit rum. Das heißt, bleibt dran auf dem Sender für großartige Wiederholungen um die Uhrzeit, wenn ihr das jetzt live schaut. Aber wir haben auch ein sehr schönes Programm in den nächsten Tagen. Noch viel mehr Resident Evil Village mit Fabian und mir. Morgen, am Dienstag, weil es ist theoretisch schon morgen, spielen Simon und ich noch Deep Beer noch einmal weiter. Am Dienstagnachmittag. Und nicht vergessen das Team-Nerd-Quiz, was ja auch diese Woche laufen sollte. Lasst euch überraschen, da kommt gleich noch ein, nicht gleich gleich, aber bald, bald. In den nächsten Tagen ein Blogpost, wo nochmal alles erklärt wird. Das funktioniert und ich verabschiede mich. Ich sage, oh, warte mal, das muss ich aber einmal wegmachen, sonst kann ich mich gar nicht verabschieden. Und wir werden mal den hier machen. So. Dann verabschiede ich mich einmal und guck mal, ist schon wieder dunkel draußen geworden. Hab noch eine schöne, schöne Nacht. Tschüss. Und dann klicke ich hier drauf. Bis dann.